Hallo zusammen, ich habe hier eine Solartasche von uns und die ist jetzt hier hinter der Frontscheibe, aber nicht voll ausgebreitet. Und wir sehen hier auf dem Amperemeter, dass das Panel, jetzt ist ein 200 Watt Panel, 2 Ampere bringt. So ist das Panel reingestellt, von der Seite. Und hier sehe ich das Panel so, das Kabel geht hier runter, über den MPTT Regler, direkt auf die Batterie. Und jetzt nehme ich das Panel raus. Ich habe das so zusammengelegt, mache die Türe zu, ein bisschen Kabel hinterher. Jetzt hat man es nicht gesehen, ich habe das jetzt hier so an die Sonne gelegt. Und jetzt sehen wir hier, das Panel bringt jetzt 6,9 Ampere. Wir waren vorher, da war die Sonne ein bisschen besser, da waren wir bei 7,8 Ampere. Und das wird hier direkt über diesen MPPT Regler, der ist jetzt noch nicht verbaut, angeschlossen. Der ist im Lieferumfang dabei. Und wir legen jetzt die Tasche noch zusammen. Die Tasche wird einfach so zusammengelegt. Das hier, sorry, andersrum, hier rum, hier rum, mit diesen Verschlüssen hier zugemacht. Hier habe ich kann dieses Kabel versorgen, das lassen wir jetzt im Fahrzeug drin. Und so kann ich die Tasche versorgen. Wenn das nicht draußen ist, sondern hinter der Frontscheibe, bringt es nur 2,2 Ampere, was wir gesehen haben. Aber es kann dann auch nicht geklaut werden. Hier mache ich einen Link über ein anderes Video dieser Tasche. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.